Die Weihnachtsgeschichte von Barbara Barthos Höppner Gesamtkonzeption und gelesen von Captain Clocks Musik von Queen, Foo Fighters, John Mayer, Snow Patrol und Captain Clocks Aufgeteilt in vier Teile für jeden Vorabend des Advents Musik von Queen, Foo Fighters Musik von Queen, Foo Fighters, John Mayer, Snow Patrol und Captain Clocks Musik von Queen, Foo Fighters, John Mayer, Snow Patrol und Captain Clocks Sometimes I feel so sad, so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now, no one He's hopeless, so hopeless to even try Musik Musik Beginn von Tahir Vor langer, langer Zeit Musik von Queen, Foo Fighters Wo sie unterging, gab es Berge und grüne Täler Es gab Städte und Dörfer in seinem Reich mit Häusern und Palästen, mit Hütten und Zelten Dort wohnten Dort wohnten Bauern und Fischer Schuster und Schneider Kaufleute und Hirten Arme und Reiche Wie überall Und es gab Beamte Denn alles mußte seine Ordnung haben Und es gab es Und es gab es Schuster Wenn mich Es gab es Es gab es Sie Es gab es Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 seinem Reich lebten. Die Beamten sollten sie zählen. Da machten sich die Menschen aus den Häusern, Hütten, Zelten und Palästen auf den Weg in ihre Vaterstadt, wie es der Kaiser wollte. Josef war ein Zimmermann in Nazareth. Er musste sich mit Maria seiner Frau in Bethlehem zählen lassen. Das war ein weiter beschwerlicher Weg für Maria, denn sie erwartete ein Kind. Viele Tage würden sie unterwegs sein. Deshalb kaufte Josef einen Esel. Der trug Maria und das Reisebündel geduldig durch das Land. Maria war zufrieden. Aber eines Abends in der Herberge dachte sie, hoffentlich sind wir bald in Bethlehem. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.